hey ihr lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen folge inmost aber wir stehen hier noch immer und ich versuche jetzt ok konnten sowieso einfach springen ich dachte spring jetzt einfach mal in den tod und wieder durch zufall ist denn sonst dann schon so oft war hier ist es wieder ok irgendwas scheint da zu sein jeder ist aber sonst aber irgendwas ist ein graut das heißt schon irgendwas ach nee nicht schon wieder er hier der zerstört einfach alles aber das ist ja voll fies oder er ist ja im takken schneller wie wir wir wissen wir müssen einfach laufen und laufen und laufen ich weiß nicht ob springen was hilft oder wir es jetzt einfach nur mal mit die und hier weiß ich natürlich jetzt wieder nicht weiter lasst das eichhörnchen in ruhe lasst das eichhörnchen in ruhe ich habe mich geopfert er soll das in ruhe lassen können wir hier irgendwas machen verdammt nochmal gibt es hier irgendwas gibt es hier irgendwas aktivieren 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 dann zerstören lasst es in ruhe weiter schnell wir müssen ihn also wir müssen schnell sein wir müssen ihn zu uns locken und jetzt aktivieren Ach, zerstöre halt jetzt schneller. Komm schon. Das Leben des Eichlöntchen hängt von uns ab. Wir haben es gerettet. Ich mag den nicht. Okay, Szenenwechsel. Hui. Okay. Wir dürfen also wieder kämpfen. Okay. Ja, dann berühm dich erst mal. Löse deine Blockade auf. Oh, Mann. Jetzt. Okay. Und nun geht's hoch. Ich finde es cool, dass wir hier so viele verschiedene Charaktere haben, die halt so ganz anders zu spielen sind. Mit dem kleinen Mädchen ist das ja wirklich ziemlich stressfrei gewesen bisher. Das ist einfach nur sehr traurig. Dann der alte Mann. Jetzt spekuliere ich schon wieder. Das, was uns jagt, wenn der alte Mann hier um sein Leben kämpfen muss. Wäre das die Möglichkeit? Ja, wir werden es hoffentlich rausfinden. Aber so kommt mir das jetzt irgendwie ein bisschen vor. Wenn ich so darüber nachdenke. Wenn ich so darüber nachdenke. Ach, Mann. Dann kommt mir nicht mehr auf dich. Also ich persönlich mag ja... Ich mag ja jetzt lieber den alten Mann und das Mädchen spielen. Dann... Ich mag, dass die Kloppe an sich nicht so gerne... Es ist zwar auch schön hier, dass es so kleine Rätsel sind. Aber generell mag ich die beiden anderen Charaktere irgendwie wie da. Aber das ist wahrscheinlich für jeden anders. Manche werden die Nötter richtig cool finden. Wahrscheinlich sogar viele. Du brauchst hier gar nicht so rumzuhäcksen. Oh, die können beide hecksen. Wow! Geh mal ganz kurz weg. Okay, gut. Okay, wir müssen manchmal einfach auch wieder etwas zurückbrechen. Es scheint, bis dann der Bildschirm wieder grau ist. Na gut. Okay. Aber ich finde es jetzt dann interessant zu wissen, was eigentlich der Ritter macht. Und... Oh Gott! Nicht dein Ernst! Ich muss jetzt nicht gegen dieses Ungetüm kämpfen, oder? Oder ist der Ritter gar... Hilft er den Bösen? Ja, es hieß ja vorhin, dass er für ewig verdammt ist. Hä? Haben wir das nicht für das ist? Sind diese weißen... ...erleuchtenden Elemente vielleicht wieder so eine Art Seele, oder...? Okay. Nun hat er womöglich seine Seele verkauft. Sehr dubios. Hat er da jetzt von diesem bösen Seelenwächter oder was auch immer das ist, das bekommen, damit die Blume zu ihm gehört? Hm. Kann ich was machen? Ach, eh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Da waren wir doch am Anfang. Ist genau dasselbe. Hier vielleicht? Was macht sie denn? Guck mal raus. Okay, Mama ist wieder unten. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass das ihre Mama ist, ne? Ja, definitiv. Das ist eine Familie. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ja, was suchst du denn? Hier vielleicht? Nichts. Okay, jetzt ist es zu. Hopp dich. Oh, Casey sucht den Hund mal. Ist das süß. Ich komme. Okay, diese Welt gefällt mir jetzt wieder nicht so sehr. Diese Tür ist immer verschlossen. Okay. Es ist wirklich so, diese Mama hat einfach gefühlt überhaupt keine Zeit für ihr Kind, ne? Hm. Sieht jetzt nicht so aus. Hier drin. Ziemlich dunkel alles. Die Pflanzen vertrocknen. Es muss hier früher wunderschön gewesen sein. Die Tür ist versperrt. Okay. Ja, dann bleibt uns ja nicht mehr viel. Gucken wieder hier hoch. Ich mag auch diese Musik bei diesem kleinen Mädchen total gerne. Ähm. Ach. Vielleicht ist der unten drin. Nee. Ich glitte mal hoch. Ach, das können wir ja nicht. Okay. Hm. Es kommt jetzt bestimmt raus, dass die Mama den Hund irgendwo hingebracht hat. Ich werde bekloppt. Ich sage es euch. Wenn das so ist. Okay, sie kommt nicht dran. Ich befürchte hier immer das Allerschlimmste, wenn ich mit ihr spiele. So, lass uns mal hier hoch gehen. Ach, da ist das kleine Hündchen. Okay. Ah, ja. Wahrscheinlich müssen wir eh von da rein, ne? Und dann rüber. So. Einmal rüber. Wehe, die nimmt ihr den Hund weg. Hallo. Hab dich. Da bist du ja, Kleiner. Jetzt verstecke ich mich. Aha. Du hast mich zu schnell gefunden. Du hast bestimmt geschummelt, oder? Ich konnte meine Augen nicht rechtzeitig schliessen. Ich habe es versucht, aber ich habe Knöpfe statt Augen. Versuchen wir es nochmal. Ach, es ist gar kein echter Hund. Ich komme. Es ist ein Stoffhund, ne? Oh Mann, habe ich wieder lange gebraucht. Ein Schachttisch. Ein paar Figuren wurden durch Köpfe ersetzt. Okay. Oh, gruselig. Vielleicht auf dem Dachboden. Aber wie kriege ich die Leiter runter? Ja, das weiß ich nicht, Kleine Dame. Das weiß ich nicht. Hm. Ja, das werden wir aber auch alles erst in der nächsten Folge hoffentlich rausfinden. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor total begeistert von dem Spiel. Auch noch. Wie lange spiele ich jetzt? Zwei Stunden ungefähr? Denke ich mal. Könnte sich hingehen. Ja. Ich finde es echt grandios. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like, dann abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.